ja ich bin bereit ich hab nämlich auch was zum futtern endlich mit der hat man schon in deinen alten aufnahmen gehört ja da hat er sich richtig krass gegönnt fettes kiddie am essen teil 1 das war's wirklich okay dann würde ich sagen fangen wir jetzt richtig an oder ja ich habe schon die millionen fahren fertig aber okay alles klar dann wer du hast und du bist hier der let's player so und damit herzlich willkommen wieder zurück beim serverlettsplay ja ja gut das ist immer die simplesten kommentare am anfang des serverlettsplays auf jeden fall die erste staffel ist jetzt schon hochgeladen und ich mache das jetzt immer staffelweise praktisch also jede staffel ist mal jeder was für jeden freitag gibt es eine staffel und die hat dann verschiedene folgen und die sind das sind so 15 minuten parts und ja natürlich wie ich das buch lade und daran könnt ihr euch dann orientieren da gibt es dann staffel 1 also es das steht dann davor und dann ist die erste folge 002 ist die zweite folge und so weiter auf jeden fall sagen wollte ich lade dann auch bald noch ein video von der room tour hoch und dann weiß ich jetzt noch nicht was ich alles für zukünftige projekte noch machen werde mit spielen was ich da jetzt werden werde das werde ich aber alles und dann wird es noch den live stream geben aber den werde ich jetzt auch noch ankündigen und es wird dann so wird dann sozusagen die special folge beim serverlettsplay das wird aber noch ein bisschen dauern bis wir das machen dass das wird nämlich dann vorbereitet davor wirst du 100 abos sehen mindestens ja auf jeden fall versuchen wir dann noch ein paar alte leute von damals mit rein zu bekommen in die folge und für heute hat es halt nicht gereicht haben zu wenig leute waren halt da die haben alle nicht keine zeit gehabt oder so aber mal wieder zu dritt dann ist nun jetzt mal unten in dein haus wieder gehen außer der der gute natürlich der gute black hero 111 aber der schreibt praktisch nur in den chat wenn er da ist der ist momentan brauchen mal eben eine er hat sich ein bisschen was geändert weil denn es war noch am tag nach der aufnahme hier ein bisschen on die letzten paar tage der hat ein bisschen hier gebauten wald aufgeforstet und so weiter nur sozialen scheiß halt wer sind abreißt du nicht wieder aufbaut stirbt das war's wieder mit dem sozialen große wieder an bäume wieder so erstmal wieder die ganzen sachen in die hand nehmen und ich habe das ganz heimlich unten bei meiner mine was geguckt und so hatte ich ja dort letztens mal ein zombie einfach gehört ich habe mich da unten genauso gegraben an einer stelle hätte ich nur einen einzigen block weiter abbauen müssen dann hätte ich diese verdammte höhle gefunden willst du damit sagen dass du außerhalb des server let's plays noch geguckt hast du hast ja auch gebaut ich habe gebaut das ist was anderes hat er geguckt das ist ja richtig schlimm hier nein sprach ist das ist das sind ja von zwei werkbänke dennis ich glaube ich habe dir eine werkbank geschenkt weiß ich nicht ja die steht jetzt über einer anderen ja doch die habe ich dir geschenkt gehabt irgendwann mal als du nicht da warst ich wusste nicht wohin damit die hatte ich noch im inventar das war voll und ich dachte mir so komm wir hatten so wenig am anfang ich habe bisher nur zwei werkbänke und ich habe mindestens schon so 23 jetzt hier bei mir zu hause rumstehen ja gefühlt werden meine immer weniger als haus größer wird oder das kommt noch dazu dieses licht jetzt wird es echt mal an der zeit dass die mine größer wird weil die davor habe ich mich die ganze zeit gedrückt aber jetzt hier ist es wirklich mal notwendig weil ich habe ja noch gar nichts zuhause gefarmt immer nur ausgebaut und so das ist zwar schön und gut und wir haben ja schon die erste kohle wieder ich will ja nicht an die rum kritisieren aber du hast irgendwie voll wenig ausgebaut ja ich dachte ja ich werde ja auch nur beim server let's play bauen also ich werde nicht auch eine etage geschafft und schon entfällt ja gut ich bin da nicht so ganz so schnell und ich mach das ich lass mir da lieber zeit und schau wie ich das mache weil und ich baue auch wirklich nur beim server weil ich weiß wenn ich wenn ich jeden tag irgendwie bauen würde hätte ich dann schnell keine lust mehr daran ich wollte eigentlich schon am tag nach dem server let's play dich fragen ob wir das system ganz leicht aushebeln können du hattest auch das mal lang weiter zu spielen ja ja also mir ist es egal ihr könnt machen was ihr wollt aber es wäre schön wenn ihr nicht gerade aufnehmen würdet in der zeit weil das ist halt dann nur ein bisschen scheiße aussehen oh nein damit kann ich nicht leben ich drück normalerweise immer sofort den aufnahme button ihr könnt ja auf jeden fall könnt ihr das ja so machen dass ihr die sachen die die zuschauer nicht sehen wollt auf screen macht das ist auf jeden fall eine option das wäre dann alles was minen und houseboats zu tun hat also das komplette server let's play ich werde hier definitiv alles aufnehmen weil auch wenn das immer langweilig ist das gehört halt einfach dazu so wie ekliges essen bei einer diät bist du auch seine wieder schon am fressen wieder schon am fristen ja natürlich der frisst irgendwie immer möhren in seinen aufnahmen das ist bestimmt ich weiß möhren das bestimmt einfach würstchen alter so wieder würstchen das kann auch sein direkt aus dem glas und dann trinkt das ne ja auch also nicht mal zwar machen einfach so direkt aus dem da raus dann noch auf ex hinterher und dann noch vielleicht den vodka hinterher da musst du richtig krass ryan ryan so was haben wir denn hier haben wir keine stickys mehr immer auch kein holz mehr hier das ist ja holz haben wir nur noch er hat ganz toll acht wurden planks und ich gehe ja immer noch hier hin wegen dem crafting table weil der früher da stand ich wusste ist dass du diese woche wieder an deine alte stelle gehen würdest also max hat holzprobleme und ich baue mit holzblöcken mit unverarbeitetem holz finde den fehler ja ich hab schon lange nicht mehr gefahren brauche natürlich wieder mal ein paar spitzhacken schreibt mal hallo max oder ist jemand da heil ja heil ja gut ich hab heil ja wir haben gestern schon ein bisschen geschrieben lu oh leo ist wieder da so ich da oben weiterbauen ich drück mich schon wieder vor der mine das ist unglaublich boah du faune stück scheiße bevor du arbeitest gehst du lieber gut weißt was machen ja alles mögliche andere kommt dir das nicht bekannt vor aus dem real life wenn du arbeiten musst erst die geilen aufgaben dann den scheiß ja ich ich wollte schon mal nachgucken hab ich strings nein ich habe natürlich keine strings alter qualitätsoffensive ja liebe zuschauer es tut mir leid ich bin untröstlich ich bin untröstlich das tut mir wirklich klein wer ist es immer dass du scheiße da warst das ist also das ist wie ja die qualitätsoffensive 2016 meine damen und herren da ist ja 2016 da ist ja 2016 da ist ja 2016 irgendwo außerhalb ne brauchst du holz auch ja das ist wie lange du den wald wieder aufforst das ist mir das scheißegal aber so ein stack oder so ein stack oder zwei kann ich dir ruhig geben das wäre nett ja ich brauch noch mehr stimmt ich brauch noch glas fuck justydos nicht zufällig vier stacks glas oder vier stacks nö ich habe 64 und 39 glas blöcke aber er hat 64 steaks uhren stimmt ja der hat sich aber so 64 steaks uhren gewaltt genau weil ich auch so viel gold habe ja was soll man denn sonst mit dem gold machen ist echt goldene rüstungen habe ich auch eine ja gut aber die benutze ich nicht weil die kacke ist kann man schön ausstellen hier so sonst wäre ich hier in der goldene rüstung und ich kann nicht mehr schlafen auch gut also dass nur einer schläft funktioniert aus irgendeinem grund nicht mehr warte wie viel wolltest du ich habe jetzt irgendwie acht stacks dabei ich gebe dir zwei ja danke dann gib mir drei danke gönn dir mal max q alter die die ganze zeit auf dem dach steht bei dem alter die ganze zeit und hier ist meine andere textur ne warte mach ich drin mich nochmal um ich sommeln noch weiß ah schade hm 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 hmAg Witte ja sein können da ah ein Ei ein Ei vom Huhn gegen zwei hh hm brauchst du davon welche? ich verfeuer die sofort hm 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 Danke. Ich müsste eh gucken, wo ich dann meine Tierzucht habe. Warum betont nicht das Zucht? Ich weiß es nicht. Und Max, ist diese Folge ganz schön ruhig? Ja, ne? Echt unheimlich. Bist du tot, oder was soll ich den Leichenwagen rufen? Ne, der Leichenwagen würde sagen, ne, tut mir leid, ein bisschen zu fett. Passt vom Volumen. Passt nicht, sorry. Tut mir leid. Alter, wenn das der Leichenwagen sagt so, passt nicht, sorry. Der Bestatter. Na gut, da musst du dir auch keine Gedanken mehr machen, wenn du schon tot bist. Ob du zu viel wiegst. Krieg gleich ein ganzes Familienkram. Du wirst einfach im Rettungsboot begraben. Was, im Boot? Ja, da könnt ihr dich direkt aufs Meer hinauskicken und einfach das Ding anzünden. Wikinger Beerdigung. Alles klar. Mit Boot ging er unterm. Er ging mit seinem Boot unter. Ja und was, was war jetzt nochmal die Todesursache zugesaffen oder was? Das haben wir nicht geklärt. Todesursache ungeklärt. Unbekannt. Ähm. Verdammt, ich weiß nicht was ich machen will. Ich hab gehört, du wolltest mir drei Stacks Holz geben. Holz? Nein. Holz ist in Ordnung. Eichenholzbretter kann ich dir doch gar geben. Nix Bretter. Stämme. Nein, ich hab noch genügend. Da haben wir keine Abmachung drüber gemacht. Ja. Sei mal froh, dass ich davon noch ne ganze Kiste voll hab. Ja. Ne Doppelkiste. Ja. Genau, Max. Hm? Mach zumindest nen C-Text Reload. Hm. Sie guckt uns eh zu. Also... Musst du auch C-Text Reload machen dann. Ja. Oh, die Spitzhacke ist wieder kaputt gegangen. Und Zuschauer, ähm, ihr habt das jetzt hier nicht gesehen, ne? Nein, das haben die nicht gesehen. Mhm. Hm. 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 Heute ist aber wirklich alles einfach mal ruhig. Hm. Ist das doch gut? Und mir fällt auf, ich hab keine Musik an. Was ist da los Justin? Gehts an? Aus irgendeinem Grund ja nicht. Ok. Die hat sich gut. Ok. Die sah nie gut aus. Moment mal kurz.